Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Frisch vom MWC aus Barcelona zurück bin ich als allererstes zur Packstation gerannt. Und ihr könnt ja mal raten, was da heute drin gewesen ist. Ein relativ kleines Paket, wie ich fand, für das, was drin ist. Ich wunderte mich wirklich, dass Amazon das in diese kleine Box bekommt. Und natürlich, ihr habt den Videotitel schon erraten. Denn heute, 3. März, ist internationaler Nintendo Switch Launch Day. Und auch ich habe nach Vorstellung direkt eine Konsole vorbestellt. Und wir gucken jetzt einfach mal drin, was drin ist. Und dann habe ich natürlich auch noch vorauszufinden, was kann man damit alleine schon anstellen. Denn, ihr seht es, hier ist nichts anderes drin. Keine zusätzlichen Controller, keine Spiele noch mit reinbestellt. Nichts. Nur die blanke Konsole. Und ich taste mich da jetzt einfach mal mit, mit und mit ran. Ich habe mir, da ich jetzt doch etwas spießig bin, nicht die bunte Variante bestellt. Es gibt die ja auch mit blau und einem roten Controller. Und dann nicht nur, naja, ihr seht es, ich habe das Schwarze dabei. Auf der Rückseite, beziehungsweise oben, sehen wir noch nicht wirklich viele Infos. Mich wundert es ja, dass das alles auf Französisch vorstellt. Dabei habe ich es gar nicht bei Amazon Frankreich vorbestellt, sondern ganz normal im deutschen Amazon Store. Und dann gucken wir einmal rum. HDMI steht auf der einen Seite. Ah, der Inhalt. Darauf wollte ich ja hinaus. Wir kriegen einmal die Konsole, einmal einen linken und einen rechten Controller, einmal Strom, einmal die Dockingstation. Keine Ahnung, keine Ahnung. Und es liegt anscheinend ein HDMI-Kabel dabei. Das wäre, ach, guckt mal hier, das ist die Durchnummerierung, was was ist. Nummer 6 ist der Joygrip. Und Nummer 7 sind dann die Joygrip-Handgelenk-Schlaufen. Aha. Und es ist tatsächlich Nummer 8 ein HDMI-Kabel dabei. Eine Spielkonsole, bei der ein HDMI-Kabel dabei ist. So, gucken wir trotzdem mal weiter rein. Es gibt auf jeden Fall Gummipunkte. Unten. Ne, da ist unten. Ah, das aber, das ist, wer hat denn das designt? Da kippt man jetzt hier fast die Konsole in die falsche Richtung aus. Also, als allererstes anschließen, Dinger dran packen und Button holten, damit die Dinger sich anscheinend verbinden. Und krass, ist das Ding klein. Ist das Ding klein. Ich habe jetzt mit einer riesen, ich habe mir das deutlich vorher gestellt. Nein, ich war vorher nicht auf irgendeinem Launch-Event oder auf einem Nintendo-Presentation-Event oder sonst irgendwas. Krass, ist das Ding klein und dick. Na, was soll man sagen, dick jetzt nicht wirklich. Irgendwo muss ja die verbaute Hardware ja dann doch hin. Aber das kommt ja echt klein daher. Hm, und? Leicht, 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 leicht. Ich gebe mir zu, ich bin, ich bin, naja, auf der einen Seite skeptisch, auf der anderen Seite finde ich es aber genau richtig. Beziehungsweise, ich kann total nachvollziehen, dass das hier wirklich der logische Schluss ist. Der logische nächste Schritt für Nintendo ist, wie diese ihre Konsolen weiterentwickelt haben. Es war immer weiter kleiner, mobiler und das oberste Ziel von Nintendo war in den letzten 10, 15 Jahren, die Leute rauszukriegen, mobil zu zocken zu kriegen. Und das Ding, absolut, das kriege ich ja hier fast. Lasst mal kurz gucken. Ihr seht das jetzt gerade nicht. Doch, das kriege ich hier in die Jackentasche. Guckt mal. Ich würde da vielleicht nämlich nicht mit rumrennen, aber das würde durchaus sich anbieten. Aber wir gucken mal weiter. Es bleibt klein. Das ist ja, oh Mann, wachsen die Dinger noch? Da habe ich, jeder hat ja dieses Präsentationsvideo gesehen, wo der Typ da irgendwie im Flieger sitzt und da irgendwie die Händchen an den Körper hält und dann damit zockt. Das sind aber jetzt richtig kleine Tasten. Es ist mal was komplett anderes. Ja, das macht Nintendo wieder. Und ich freue mich schon drauf, damit gleich rumzocken zu können. Wir suchen weiter. Ach, guckt mal hier. Das ist jetzt die Halterung. Falls ich einen richtigen Controller basteln wollen würde. Kann man die auseinanderziehen? Hm. Hm, hm, hm. Oben, unten einfach reinschieben. Ach, guckt mal. Da ist eine Schiene. Also gar nicht groß rumexperimentieren müssen. So. Und jetzt habe ich doch ein bisschen viel Plastik in der Hand. Das fühlt sich bei weitem nicht so geil an wie ein, ich sage einfach mal, Xbox-Controller, weil das Ding sich eindeutig eher an der Xbox orientiert als an einem Playstation-Controller. Also die Griffe. Boah. Da wird es bestimmt nicht lange dauern, bis da richtige Controller gibt. Dritthersteller-Controller. Hm, hm, hm. Na ja. Gucken wir mal weiter. Wir haben unser Important-Information-Büchlein, was sich wahrscheinlich nie jemand durchlesen wird. Dann entdecke ich noch mehr. Wir hatten genau die Schlaufen auch wieder mit so einer Schiene. Falls ich da wieder Nunchuck-Control-mäßig in der Gegend rumwedeln werde. Wir gucken weiter. Wir haben tatsächlich ein HDMI-Kabel dabei. Das freut mich, dass das bei Nintendo, das im Lieferumfang dabei ist. Wir haben ein dickes, das ist ein dickes Ladegerät. Naja, dick relativ. Also, ich glaube, es gibt manche. Ich glaube, wenn ich ein Huawei-Netzteil habe, so ein Super-Charge-Netzteil, das ist, glaube ich, ein Ticken größer als das Ding. Steht da irgendwas an Leistung drauf? Auf Output 5 Volt 1,5 Ampere oder 15 Volt 2,6 Ampere. Ja, also, wo landen wir da? Irgendwo bei über 30. Ich kann ja einmal rechnen. 36, 37 Ampere. Und auf der anderen Seite ist es USB-Type-C. Ich höre da schon wieder die Leute, die ihre Geräte damit aufladen wollen oder ihre Notebooks mit USB-Type-C. Der halbe Karton ist leer. Wir sind immer noch nicht am Ende. Das hier ist jetzt die Halterung für die Konsole am Fernseher. Ich weiß nicht, ob die das Ding Docking-Control nennen. Und da haben wir dann auf der Rückseite... Ach, guckt mal, so ist das Ding aufgebaut. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie das mit dieser Konsole funktionieren wird. Ich schließe hier meine Kabel an. Also, USB-Type-C für den Strom. Dann habe ich einen zusätzlichen USB-Port. USB 3.0. Vielleicht auch 3.1, aber ich weiß es jetzt gerade nicht. Für Festplatte, Kabelverlängerung, USB-Sticks und mein HDMI-Out. Das kommt da ran. Das kommt dann an den Strom bzw. an den Fernseher. Und dann stellt das Ding... Das hier ist... Bisher auch alles noch ziemlich absolut neutral. Hier kommt aber jetzt schon wieder so ein richtig schöner Plastikgeruch daher. Gut, damit hätten wir jetzt alles, was drin ist. Und wenn ich dann aufhöre zu zocken oder das Ding halt dann zum richtigen Zocken benutzen will, dann muss ich das da reinstecken. Und das soll funktionieren. Also, da bin ich ja mal gespannt, weil ich habe hier ja nicht wirklich eine richtig vernünftige Schiene. Aber, ah, und dann unten ist... Wie könnte es denn anders sein, damit es Sinn ergibt? Da unten seht ihr es. USB-Type-C. Und ich denke mir, ob das immer sich vernünftig eindocken lässt. Aber ich gebe dem Ding so viel. Ja, man kommt zwar ein bisschen nach links und rechts. Passt. Jetzt wäre meine zweite Befürchtung, die ich bei sowas immer hätte, ob ich mir da nicht das Display verkratze. Hier sind aber links und rechts so Gummischienchen drin, dass da anscheinend dann hoffentlich nichts passiert. So, das haben wir jetzt alles durch. An der Konsole selber. Wo dann die ganze... Also, das hier ist wirklich nichts anderes als nur Plastik, wo die Kabel dran reinkommen. Fertig. Da drin ist die ganze Hardware. Und dafür finde ich das jetzt wieder echt ansprechend. Gerade wenn es heißt, das Ding ist doch nochmal eine komplett andere Liga als eine Wii U. Klar, das Ding ist natürlich auch somit eine komplett andere Liga als eine Xbox oder eine Play 3, das überhaupt sein kann. Also jetzt die neuesten Generationen. Anscheinend Lautsprecher auf der Rückseite. Oben haben wir dann die Game Card. Da bin ich ja mal sehr gespannt. Und Lautsprecher oben. Hm, Lautsprecher Seite. Nee, dann müsste das hier der Lautsprecher sein. Und ich sehe An- und Ausschalter lauter leise. Hm, das Docking Slides unten. Habe ich hier keinen Kopfhöreranschluss? Krass! Das Ding kommt ohne Kopfhöreranschluss? Huiuiuiuiuiui. Oder es versteckt er sich unter... Nee, unter dem Ständer verbirgt sich das nicht. Unter dem Ständer habe ich aber noch einen Micro-SD-Karten-Slot. Da bin ich jetzt aber gerade sehr irritiert, dass das Ding... Oder? Sekunde, Sekunde, Sekunde. Nicht, dass ich hier wieder zu früh was Falsches erzähle. Komm mal da raus. Hm. Der lässt sich jetzt schon nicht mehr rausschieben. Na toll. Ich wollte nämlich gucken, ob nicht an den Controller nicht noch ein Kopfhöreranschluss irgendwo ist. Hier ist keiner. Und wie ich den hier gerade sehe, ist hier auch keiner dran. Was ich jetzt aber noch irritierend finde. Hier, sieh, Controller, da nicht rauskommt. Naja, ist ja auch egal. Das war jetzt ein viel zu langes Unboxing. Ich glaube, derzeit ist es ein bisschen schwierig, an die Konsolen ranzukommen. Aber man hat anscheinend dann doch ein bisschen mehr produziert als gedacht. Ich glaube, ab nächster Woche sollen die Dinger schon wieder neu in den Handel kommen. Bis dahin habe ich aber hoffentlich ein paar ausführliche Tests damit gemacht. Oder zumindest einen Ersteindruck abgeliefert. Und ich freue mich jetzt sehr darauf, das Ding anzuschließen. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut. Und bis zum nächsten Video. Tschüss.